Ich begrüße Sie zu einem neuen YouTube-Tutorial, heute mit einer nicht ganz gewöhnlichen Orchester-Probespielstelle, nämlich dem Adagio aus dem E-Dur-Violinkonzert von Johann Sebastian Bach, Bachwerkeverzeichnis 1042. Ich spiele die Stelle auf einem neuen, zu kaufenden Instrument von Leo Sprenger aus Mittenwald 2016. Das Instrument eignet sich hervorragend für Kammermusik, aber auch für das solistische Spiel. Das Instrument eignet sich hervorragend für Kammermusik, Das Instrument eignet sich hervorragend für Kammermusik, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020